Hauptsache man sieht einfach nur überhaupt nichts, aber ich hoffe man sieht ein bisschen im Glück. Ich wünsche euch allen etwas Neues oder so. Wow, man sieht nämlich ein bisschen. Aber im Moment, es ist die Wächter an vielen Leuchtern, sonst wäre es nicht. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2019. Auf ein erfolgreiches neues Jahr 2019 und vor allem auf ein fantastisches Jahr 2019. Wir sehen uns demnächst wieder.